peace leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video vom kanal wie es hier schon etwas im vordergrund sehen könnt ist mein paket von peso endlich da ja ich habe tatsächlich ein bisschen länger gewartet als die anderen wieso war glaube ich jetzt nicht der grund weil ich diese wax jeans bestellt hatte und die und andere ledartikel wurden ja ein bisschen später versettet als die der rest der kollektion deswegen habe ich halt ein bisschen gewartet ja eben gerade habe ich mich tatsächlich mit dem postbroten vor dir getroffen und er hat mir das paket überreicht und dann dachte ich mir auch kommen machen wir das video direkt fertig und schauen uns das ganze mal an ganz kurz bevor ich das paket aufmache zu dieser situation dass einige sachen etwas später verschickt worden sind als andere persönlich finde ich oder das finde ich persönlich so ist das wirklich richtig ja das finde ich persönlich tatsächlich nicht so cool ich finde ehrlich gesagt so eine korrektion als ganzes zu droppen und das auch als ganzes dann zu verschicken persönlich ein bisschen fresher und klar wenn von der produktion dann ausgeht so ne ledartikel können wir erst dann und dann fertig kriegen dann ist das im endeffekt so ja ist jetzt eigentlich auch nichts weltbewegendes oder nichts krankschlimmes aber ihr wisst ja selber wenn ihr was bestellt wollt ihr es eigentlich immer so schnell wie möglich haben ich habe jetzt so knapp zweieinhalb wochen zwei zweieinhalb drei glaube ich sowas gewartet ja man kann es im endeffekt nicht ändern ich persönlich finde es jetzt nicht so gut wie gesagt das ist jetzt aber auch nichts weltbewegendes deswegen man kann damit leben aber genug labert ich mache das ganze mal auf dann schauen wir uns die pieces die ich habe einmal so kurz genauer an und dann zeige ich euch das auch noch mal wie das an mir fittet damit ihr das auch einmal seht und auch vielleicht ja schaut ob wir das auffeiert oder nicht so und persönlich ob ich das auch feiert bin sehr gespannt wie diese wax jeans mir fittet wie sie aussieht in echt auch wie gesagt lange rede ich mache das ganze mal auf und dann schauen wir uns das mal an so entgegentun kommt uns genau das ist einmal die jeans und dann habe ich mir noch die schwarze den schwarzen zimmer geholt was er gesagt er ist echt relativ gut dick aber wie gesagt wir schauen uns gleich einmal an wie das ganze fiertet und dann haben wir auch noch mal wieder diese dankes karte von peso wenn ihr da schon bestellt habt wisst ihr was da drauf steht und dann auch noch mal ja die werbung für die peso raus ist auch noch mal so ein blatt oder so ein kleines stückchen drauf was alles bei den peso ross getroppt ist oder noch aktuell verfügbar ist und ja das war es deswegen kann der in alter manier weg so dann fangen wir tatsächlich einmal an mit dem zipper ich bin sehr gespannt und dann schauen wir uns das ganze mal an ich bin sehr gespannt wie die quali ist und wie das ganze fitted also das ganze sieht also ich zeige euch einmal so und dann auch gleich einmal wie das fitted das ganze sieht so aus ist ein ganz normaler schwarzer zipper mit diesem peso patch hier was ich sehr fresh finde ich hoffe das fokussiert genau so sieht das ganze aus dann bleiben wir einmal in dieser perspektive denn wir haben einmal hier das peso tag und dann auch noch mal hier so ein härteres plastik tag und dann was ich auch sehr fresh finde was das nicht aber auch schon mehrmals erwähnt hat ist dieser diese stecknadel als reißverschluss halter oder wie man das nennt und ja so sieht das ganze aus wir haben hier wieder den berühmten metall patch und dann haben wir an den ärmeln diese ja diesen engel so wie das ganze aus genau diesen engel mit der schlange drumherum was mich so ein bisschen komischerweise an jahr tag und so erinnert an die ganze crew da auf denen die haben ja auch öfters mal so schlangen oder auch engel als album cover oder sonstige sachen deswegen erinnert mich das stark an die ärmel sind eng also mit einem bund und auch ebenfalls unten dann wird das wahrscheinlich auch relativ cropped sitzen ja das eigentlich dazu so die quali an sich ist in ordnung finde ich der ist relativ schwer ich bin so 1,86 groß habe mich hier eine eine xxlarge habe ich eine xxl geholt ich war mir ein hä warte mal kurz das sind so kurz das müssen wir kurz überprüfen weil ich war mir eigentlich ich war mir eigentlich sicher dass ich eine xl genommen habe ich hoffe der fehler liegt hier tatsächlich nicht auf meiner seite ansonsten haben wir ein kleines problemchen aha also entweder also ich habe tatsächlich eine xl bestellt ich kann euch das hier auch nochmal einblenden ich habe tatsächlich eine xl bestellt und es steht tatsächlich eine xxl also entweder ist das hier ein stickprint fehler was auch immer oder es ist tatsächlich ein xxl das werden wir gleich sehen ich werde das gleich mal anprobieren und dann schauen wir mal wenn es über groß ist ja haben wir ein kleines problemchen und wenn es passt dann passt ja schauen wir auf jeden fall gleich ob das passt dann machen wir einmal mit der jeans weiter da bin ich sehr gespannt wie das ganze fit wird die habe ich mir in der l geholt weil das model auf der seite auch bei 1,88 glaube ich waren auch l getragen hat deswegen dachte ich mir probieren wir l das ganze mal raus bin sehr gespannt okay es riecht so ein bisschen wahrscheinlich nichts falsches sagen aber es riecht so leicht nach essig glaube ich zumindestens und es fühlt sich auch so klar weil es gewaxt wurde anscheinend also ich weiß nicht wie das prozedere ist bei so welchen wax jeans aber es wenn man so rüber geht hat man das nicht so krank an den fingern aber so teilweise klein quasi alle die dass sie sich die hose auch gekauft haben können vielleicht nachvollziehen was ich sage aber so ihr merkt dass die gewaxt wurde wie gesagt ich weiß nicht wie das gemacht wird in der fabrik aber es riecht gut okay es ist jetzt nicht so schlimm ehrlich gesagt es riecht eine fabrik ist jetzt auch nicht so ein stechender grob an der nase das gehört anscheinend dann dazu wenn diese hosen gewaxt oder gewaxt werden ja also ich denke mal man sieht es nicht so viel auf jeden fall ist die double neat heißt die hat hier vorne dann nochmal so ein extra stoff unten an der hose ist die etwas breiter das sieht man hier hier wurde nochmal so ein extra piece rangenäht damit das unten halt so ein bisschen flert auf der hose aufsitzt oder einfach allgemein etwas breiter ist was ich sehr 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 fresh finde das hat der justin ja auch in seinem video erwähnt dass auf jedem knopf peso 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 einmal ist und auf diesen kleinen knöpfen hier auf diesen kleinen nieten ist überall ein p drauf das hast du einmal hier hast du hier das hast du hier also sieht man jetzt nicht so aber es ist tatsächlich überall ein kleines p drauf sie waren das heute noch oder ja da überall auf den kleinen nieten ist tatsächlich überall ein p drauf was ich persönlich sehr fresh findet ist halt wie zum detail und dann hast du hier hinten auch nochmal das leder patch mit peso drauf ich ziehe das ganze einmal an hose und jacke und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder ich blende euch dann einmal die videos oder die wieder ein damit ihr auch seht von was ich rede wir sehen uns gleich so da bin ich wieder ihr seht jetzt sich zwar nichts geändert aber ich hatte das ganze einmal an habe die hose tatsächlich auch noch an jacke liegt hier so sieht das ganze aus fangen wir einmal bei der hose an die bin ich tatsächlich sehr sehr überrascht dass mir die so gut passt und auch eigentlich sehr sehr gut gefällt der stoff oder die oberfläche ist klar ein bisschen weird würde ich jetzt mal sagen weil man das erste mal oder ich persönlich zum ersten mal so eine wax hose anhatte heißt man merkt richtig wie halt das ja gewaxt wurde oder wie wachs drauf liegt oder was auch immer ja ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wie schon gesagt wie die hergestellt werden gemacht werden ob das normal schwarze jeans und dann einfach weiß nicht irgendwie mit wachs angestellt werden oder sonst was aber allgemein der fit ist sehr sehr entspannt wie ihr das hier sehen könnt ist jetzt nicht zu flair oder auch nicht zu straight lag sag ich jetzt einfach mal ist eigentlich so finde ich persönlich für mich so die optimale mischung dabei fettet wie gesagt sehr gut bin 186 groß ungefähr wiegt so 82 83 84 kilo und habe das in der größe l geholt ist in der large kann ehrlich gesagt nichts aussetzen so von der quali her keinen nähtisch stehen ab sonstiges von mir in 1 plus und dann kommen wir zum zweiten piece das wäre die jacke da bin ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen verwirrt ob es jetzt eine xxl ist oder eine xl im tag ist stets ja als xxl drin in meiner bestellung eine xl passt aber eigentlich wie ihr sehen könnt ganz gut ich weiß nicht ob xl vielleicht ein tickchen zu klein wäre ich weiß aber auch nicht ob xxl zu groß ist weil wenn ich das halt oder wenn ich meine ärmel so ein bisschen auseinander mache merkt man das schon dass es eigentlich etwas größer ist ich weiß nicht ob das der schnitt von dem ganzen ist oder ob es tatsächlich dann daran liegt weil es eine xxl ist ja das mysterium wird glaube ich nie gelöst werden weil ich die jacke so tatsächlich behalten werde heißt sie passt mir eigentlich ganz gut ist jetzt nicht zugecroppt ja von den ärmeln her passt sie auch von der schulterbreite her auch also ich bin zufrieden ja von mir gibt es für die kollektion tatsächlich eine 1 wenn man das nach schulbenoten benoten möchte ich fand sie sehr vielfaltig wir hatten jeans wir hatten t-shirts wir hatten jacken wir hatten so eine zipter wir hatten diesen half zip dann hatten wir eine cap glaube ich oder zwei caps weiß ich gar nicht mehr eine tasche accessoires also von mir oder persönlich für mich war das tatsächlich die stärkste produktion von pso eigentlich hätte ich tatsächlich gerne den weißen zipper gehabt aber nachdem ich gesagt dass der tatsächlich sehr 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 limitiert war dachte ich mir okay die schwarze mit und ja tatsächlich echt nichts auszusetzen sei es von der ganzen kollektion her sei es von den pieces die ich geholt habe ich bin sehr zufrieden denke geld ist das ganze wert lasst mich gerne wissen was ihr geholt habt falls ihr was geholt habt wie ihr das ganze so bewertet habe euch die fits oder die sachen gefallen von designs her und auch von der quali würde mich sehr freuen wenn ihr eure meinung da lässt würde mich ebenfalls freuen wenn ihr einen daumen nach oben auf diesem video da lässt und mich supportet mit einem abo ich würde sagen das war's von dem heutigen video ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin peace